Hallo Leute, ich freue mich euch heute was ganz Besonderes verkünden zu dürfen. Ihr habt ja in letzter Zeit nicht mehr ganz so viel von mir gehört, es gab nicht so viele neue Videos. Das lag einfach daran, dass ich so viele Projekte gerade am Laufen habe und mein Tag hat einfach nicht genug Stunden. Heute ist es jetzt endlich soweit, dass ich euch eins der Projekte vorstellen kann. Und zwar erinnert ihr euch vielleicht noch, ich habe euch einmal Abiturma vorgestellt, das Nachhilfeunternehmen, das Abi-Crash-Kurse anbietet und mit denen habe ich jetzt zusammengearbeitet und wir haben gemeinsam Abi-Videos aufgenommen von Original-Abi-Aufgaben. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt Lust irgendwie vom Abi 2013 euch die Aufgaben anzuschauen und sie euch auch gleich komplett vorrechnen zu lassen mit Lösung und Erklärung, dann seid ihr jetzt hier genau richtig. Und zwar verlinke ich euch den Channel von Abiturma hier in der Infobox, nicht vergessen zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst oder ihr geht einfach direkt auf abiturma.de slash abi-aufgaben. Den Link schreibe ich euch hier hin und stelle ihn auch unten nochmal in die Beschreibung und dann könnt ihr da draufklicken, wenn ihr es nicht abtippen wollt. Bisher sind die Videos von Bayern online, das heißt, wenn ihr wissen wollt, was im Abi 2014, 2015 oder 2016 in Bayern drankam, dann schaut vorbei. Es kommen aber natürlich auch noch andere Videos. Zurzeit arbeiten wir zum Beispiel an Baden-Württemberg. Wir sehen uns dann bald wieder mit einem Gewinnspiel. Ich habe euch ja versprochen, dass ich noch mehr Taschenrechner habe, die verlost werden. Außerdem gibt es wieder einige Mathe-Videos in nächster Zeit. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr schaltet rein. Bis dann!